Ich will nicht, dass hier Wasser rumläuft. Junge! Ich hab halt auch keinen angekommen sehen, ganz hinten. Lass ihn wegmachen bitte, Phil. Der ist schlecht. Ich will ihn seine Ehre nehmen. Ich habe ihn. Hol dir deine Coins. Es geht mir nicht um die Coins, sondern es geht mir um die Ehre. Es geht mir um die... Oh, danke. Wer auch immer den weggesnapt hat. Jawohl. Sniper Profi Philipp. So, jetzt haben die Ball. Aber eigentlich möchte ich gar nicht so mit den Fighten. Ich habe ihn halt auch komplett weg gelasert mit dem Ding hier. Es ist halt einfach... Meines Eile Leben Abzug ist jetzt noch verkraftbar, ne? Ja, noch. Was wäre ich denn hier noch für eine Truhe? Es... Es ist eigentlich auch gut, wenn die Coins... Ach. Gut ver... Gut verteilt sind. Wenn du... Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. Es triggert mich aber echt, dass ich jetzt einfach... Schein. Der Farb... Ich sag's dir, der wird mir am Ende das Genick brechen und... Deswegen werde ich verkacken. So ein Trick. Du darfst nicht decken. Sag einfach, du kannst es immer noch. Weil es einfach die krassen Motherfucker sind. Ja. Wir haben unser Maid... Oh, die nämlich. Danke. Und hier. Diggi Jagger Jackson Jackson. Da brauche ich nicht. Ich nehme einfach Mini. Doch, nein, 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 nein. Ich hab noch ein Bigness für dich. Ich hab noch ein Bigness für dich. Ich hab auch einen. Mein Diggi Jagger Jackson, kannst du nicht so gut mit dem Pfeil trinken. Ja, ja. Das ist in Zone. Keine Biberäder. Ja, wir machen eh die Runde auch noch fertig. Ja, ich würd sagen. Dann geh ich auf. Also ich geh da noch nicht pennen, aber... Hä, geht auch auf. Mal so aufhören, wenn es am schönsten ist. Philipp, aus dem goldenen Automaten sich. Da ist ein Automat, drei goldenes Garsten. Boah. Oikos. Aber actually in dem Mode nicht mal so geil. Ich glaub, das goldene Ding ist zu geiler. Goldenes Garst geil. Ich hab da noch eine Lila Heavy Sniper, die schmeckt auch. Ich feiere es übelst. Hä? Ich hab halt das Todes weggelasert und es war... Okay, jetzt weiß ich was mit mittlerer Distanz gemeint ist. Das Ding ist krass, find ich. Also ich find's nicht schlecht. Ich spiel... Ja, ich brauch so oder so. Nimm mich so oder so immer mit. Wer schließt sich da die ganze Zeit mit der Strecke-Pistole rum. Und das ist unser Mate. Hä, warum hab ich zwölf? Achso, weil er vier hatte... Und du deine eigenen vier und dann noch die, von denen du gestorben musst. Ja, 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 ja. Anders, ja. Kann man aber auch ganz gut Game Points verdoppeln am Anfang. Naja, ja, klar. Aber... Es ist halt blöd. Ja, ja. Oh, verzähl. Von wo? Wir sind Gegner. Wir sind Gegner. Echt? Ja. Ich hab's gesehen. Junge, äh ich mir ist ins Wecker. Junge, äh ich mir ist ins Wecker. Und... Wecker, finisht. Ah, wir müssen ohne... Von hinten... Ah! Ich bin down. Ey, komm schon. Lass mich einfach sterben. Nehme mein Kopfgeld mit oder so, keine Ahnung. Funktioniert leider nicht. Ne? Wenn ich in der Zone sterbe... Oder hol mich hoch. Ja. Hat jemand von euch ein Jumppad? Guck mal nach. Hm. Ja, egal. Wir ziehen uns einfach gegenseitig auf Philipp. Ich weiß, war ein kleiner Hu. So. Ich hoffe, er ist komplett gestorben. Er wurde exkommuniziert. Er wurde exkommuniziert. Er wurde exkommuniert. Philipp, du musst dich gleich wieder hochholen. Und dann... Wir packen jetzt in die Zone auf jeden Fall. Ja, in die Zone packen wir es. Aber... Musst mich halt noch einmal hochholen. Dann hab ich ja halt... Guck, dann hab ich das dann hingesaved. 2... 1... Och. Direkt. Hochgezogen. Dann zieh ich mir auch gleich einen Bigness rein. Ich hab auch eins. Heißt, wir können uns alle auf 100 HP. Das ist sexy. 14. Ho. Kevin, Luca... Ich... Ich hab noch ein Mini. Boah. Ich hab auch noch Mini gesagt. Grad noch. Grad noch. Ey, wir müssen gleich wieder zur Zone. Ne, ich hab nur einen. Ne, ich hab nur einen. So, wir holen. Los, los, Zone. Oh. Lukas, war doch gut, dass ich dich nicht... Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ich mach... Ich mach... Den gleichen wie der Kev. Das hab ich nämlich mal mit meinem Bruder gesehen. Ey. Nice. Deswegen, dass man hier... Ich mach nicht den gleichen wie dein Kev. Oh, da kommt einer hinterher. Kevin. Soll einer rausgehen und ihn wegmachen? Hab ihn. Ha, ha, ha. Ihre genommen. Oh. Gute Coins. Wir sind hier ein bisschen sechster Platz. Das ist, das ist die perfekte Ausgangsposition für dich. Ja, 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 ja. Wir haben zwar gute, wir haben noch, wir haben einigermaßen akzeptable Coins. Die Gegner sind nicht in, äh, sind in Reichweite von uns. Und wir werden nicht in der Map angezeigt. Äh, hier liegen Minis, soll ich die mitnehmen? Oder hat noch jemand freien Slot? Okay. Deswegen finde ich das Gewehr eigentlich geil. Weil es laser halt schon, er hat mich nicht einmal getroffen. Obwohl ich halt direkt vor ihm gelandet bin. Ich hole mich jetzt mal im Spiel mit dem den Fantasy spielen. Ey, irgjungs, wir müssen zusammenbleiben. Oh, ich wurde besnipet, ich wurde besnipet. Ja, deswegen meine ich. Ah, ich sehe, ich sehe. Wo ist er denn jetzt? Ich glaub das ist hinterm Hügel. Ah ne ist er in der Hütte. Oh er hat nen Deagle-Hit geschluckt. Ey Achtung hier unten an der Hütte ist einer. Boah fatze. Wo sitzt der genau? Da unten. Ach bei der Hütte. Ja einer hat einen 104er Hütte gefangen. Hab einen gefinisht. Kommt ihr gerade angeflogen? Nein. Das sind zwei Stück. Oh sehr gut Achtung der andere kommt der andere kommt. Sehr gut. Kann mich jemand hoch holen? Oh sexy Philipp. Oh Open Field aller Philipp da hinten ne. Ich hab keine Metz. Achso. Komm Philipp. Nein. Nein. Hättest du kurz von denen welche aufgehoben. Egal. Aber ich hab noch. Das ist mein last life oder? Ja. Ja. Wo sind die? Ah da hinten. Ich sehn. Der ist in first place. Ah es ist der first. Ey bei mir bei mir bei mir bei mir bei mir. Ich komm. Ach scheiße. Ach er hat first. Er hat first von mir. Er hat first von mir. Ich muss den kill. Der prägt euch ziemlich viel Coins. Wo ist er? Ich komm direkt wieder. Und werd direkt gesniped. Von wo? Es ist ein komplettes Sweater. Es ist ein komplettes Sweater. Ich war direkt weg. Trechtel bau, 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 bau und hol mich bitte. Bau, 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 bau. Ey kann mir keiner bauen und einer mich hoch holen. Jetzt kannst du mich hoch holen. Das holt dich hoch oder? Weil mir wird nix angezeigt. Erster Platz komm. Jetzt nicht mehr. Ich hab abgebrochen. Gut er hat dein Leben noch gesaved. Danke Erdmänner. Ist das unser Mate? Ah ne, ja doch. Ich geh erst mal rein. Achtung. Hä wo? Ey Kevin bau, du. Kevin bau, du. Ich mein, ich mein, ich kann dich hoch holen. Jetzt. Oh, Zone. Junge. Ich bin nicht mal auf Boden. Ich krieg einen Schuss in Fuß, bin down. Ach komm schon, ich bin weg. Könnt ihr mein Kopfgeld mitnehmen? Oh, ich kann die Zone kriechen, ich kann die Zone kriechen. Vielleicht schaff ich's noch. 35. 26. Oh, ich lebe. 19. Ich geh auf Kills. Alter. Ich hab einen gekillt, 275 Kopfgeld plus gemacht. Junge. Junge. Wir sind Erster. Ich hol unser Mate hoch. Oh fuck, Alter, wir sind halt so low. Außer Philipp. Ihr müsst mich beschützen, ne? Ja, ja. Ja, guck dir mal. Kevin, willst du kurz in die Zone gehen, damit ich dich hochhole? Nein, 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 nein. Das können wir nicht abziehen. Die 10 Sekunden. Ich hab doch gesagt, ich... Ach so. Ach so, ich hab gedacht, du wurdest genockt. Nein, 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 nein. Von dem Gegner. Ich hol ihn hoch. Neun, also sechs. Philipp, renn doch nicht so weit vor. Was ist das doch, drei Leben? Alter, und Philipp hat auch noch zwei. Ich hab nur noch eins. Ich hab nur noch eins und 30 HP. Ja, genau deswegen, geh aggressiv rein. Dass du Coins machst. Achtung. Wo sind welche? Wo ist er? Ab ihn. Ja! Jawohl! Oh mein Gott! Oh! Junge! Junge! Junge!